Die Sicherheitsetiketten PET VoidMAT mit Rückstand sind ausgezeichnet geeignet, um sicherheitsrelevante Aufgaben auf kunststoffbasierenden Oberflächen zu übernehmen. Bei dem Versuch das Etikett abzulösen, trennen sich Teile des permanent haftenden Klebstoffes vom Etikett ab und bleiben auf dem Untergrund als VoidOpen Schriftzug zurück. Dieser Schriftzug ist auch auf dem Etikett selber eindeutig sichtbar. Das Etikett kann nach dem Ablösen zwar wieder aufgeklebt werden, die Manipulation hingegen bleibt deutlich sichtbar. Für das Bedrucken der Sicherheitsetiketten verwende bitte einen Thermotransferdrucker in Kombination mit einem geeigneten Farbband. Für einfache Kratz- und wasserfeste Anwendungen verwende bitte das AMO-AXR7+. Benötigst du darüber hinaus beständige Etiketten, die resistent gegen leichte Chemikalien sowie Desinfektionsmittel sind, dann setze bitte unser Markenfarbband MF13 ein. Diese Sicherheitsetiketten kannst du für ein breites Spektrum an Anwendungen nutzen, beispielsweise bei Versandtaschen aus Kunststoff oder auf glänzendem und damit beschichtetem Papier. Die effektive Void-Funktion leistet beispielsweise auch zusätzliche Sicherheit als Inspektionssiegel auf PVC-Oberflächen.